Mein Name ist Sascha Gräumann, ich bin Oberbauleiter bei der Heidkamp Unternehmensgruppe aus Herren. Also wir haben vor einem Jahr hier auf der A40 mit der Anwendung von Coppler angefangen und haben es mittlerweile bei uns in der Unternehmensgruppe auf vier Baustellen erweitert, wo wir es jetzt ebenfalls anwenden. Also gerade die Komplexität der Bauzeitenpläne ist natürlich eine Sache, weshalb wir nach Tools gesucht haben, die intuitiv sind, die leicht anzuwenden sind, weil es zumindest die bekannten Programme, die es da gibt, eben nicht hergeben, dass sie schnell bearbeitet werden können und in Echtzeit angewandt werden können. Und da hilft uns Coppler natürlich ungemein. Bei der Größe dieses Projektes und der entsprechenden Komplexität und der Menge an Nachunternehmen, Baubeteiligten, Teammitgliedern verliert man natürlich mal ganz schnell den Überblick beziehungsweise sind Bauzeitenpläne, die man sich vorgenommen hat, auch ganz schnell mal obsolet. Dadurch hilft uns Coppler natürlich, dass alle Projektbeteiligten Zugriff auf das Projekt haben, dieselben Informationen haben und somit jeder informiert ist, was als nächstes passiert. Ich würde Coppler auf jeden Fall weiterempfehlen und tue das auch regelmäßig, weil es ein einfach anzuwendendes Programm ist, das uns bei der Terminplanung auf der Baustelle sehr weiterhilft. Coppler spart mir im Monat circa zehn Stunden meiner Arbeit, die ich dann natürlich für andere Arbeiten nutzen kann, weil der Terminkalender ja nun mal immer voll ist.